so als er streamt jetzt was das problem ist ich kann nichts sehen weil ja es ist schwarz ja klar das sehe ich schon aber du bist ja auch nicht im spiel drin warte ich tue mal eben meinen kanal öffnen auf youtube ja später schatz näher auf händen ich habe versucht er freuen wir zu stream aber ich habe auch ein bisschen aufgaben machen Also, in Youtube fällt da noch nix an, was ich am Stream bin. Ah, jetzt kommt ein Bild. Warte, ähm... Ja, jetzt kam ein Bild. Also, er streamt. Ah, okay. Beweck dich mal. Alter, seh ich wieder links. Was hast du? Den Link. Welchen? Den Youtube Link. Ah, okay. Gut, dann bewege dich jetzt mal. Geh ich wieder ins Spiel? Ja. Ah, okay. Die Qualität ist ein bisschen niedrig. Ähm... Die Qualität ist ein bisschen niedrig. Man könnte es versuchen höher zu stellen, aber ich weiß nicht, ob der Rechner noch mitkommt. Ähm... Ich hab die schon auf mittel... Ne, auf hoch. Naja, auf 3000 Übertragung. Also, du meinst hier in OBS? Ja, ja. Ich muss OBS schon hoch machen. Weil du hast hier ein bisschen verpixelt, das ist okay, aber... Man muss das jetzt auf deinen Rechner optimieren. Okay. Man kann ja nicht viel einstellen, außer dass du es ausprobieren musst. Weil, äh... Warte mal, das Stream zu machen. Ich geh mal jetzt ins Spiel rein. Okay. 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 Ich kann die Fragen lesen. Also, nicht hundertprozentig. Aber man kann sie lesen. Ja. Ist okay. Also, äh... Wie gesagt, das muss jetzt optimiert werden. Dann musst du jetzt ausprobieren, was mit deiner Leitung und dein Rechner kommt. Und dann muss man wieder hier verpassen, dass dieses Teil nicht in den roten Bereich reinläuft. Weil, sobald das hier rot ist und das zu hoch geht, dann bricht hier der Rechner weg und dann kommst du nicht mehr nach. Ja. Ja, stell dir mal doch vor, sie zauber ein Stück dann runter einmal. Ähm, äh, vielleicht doch ein Stück runter stellen, ja. Kannst du probieren. Und zwar... Stimmen stoppen. Stimmen stoppen.